Er schrieb ja dann so, ja, ich bin 24 Stunden online. Ja, mittlerweile kann ich das einfach nur bestätigen, das ist schon richtig krank. Guten Tag, meine Damen und Herren der Clash-Kunst. Hier hat Lampu einen Angriff geteilt. Ich habe keinen Plan, was er machen möchte. Ich würde mal sagen, er will ordentlich mit 22 Valkyren eben Razern. Bin mal überrascht, nee, nicht überrascht, sondern bin mal gespannt, wie das ausgeht. Ich weiß gerade selber das Ende nicht. Ich würde mal sagen, ja klar, viel Earthquake dabei. Also ich würde mal sagen, der will die Base, also vom Loot her eher nicht, aber er will die Base, denke ich mal, komplett schreddern. An einer guten Stelle auf jeden Fall geöffnet, was heißt geöffnet, zumindest dort soweit eben ein Stück rausgerissen, sage ich mal. Und dann mit den Mauerbrechern hier die äußere Mauer kalt gemacht. Genau, King rein, der kann nicht mehr weg. Queen, muss man halt auch gucken, dass man dann nicht teilweise zu lange wartet. Nicht, dass die Queen dann wieder sagt, oh, hier drinne habe ich ja gar nichts mehr. Ich gehe außen rum. Richtig, oh, hier, ihr seht, oh, ihr seht es wieder. Ey, es gibt's nicht, Alter, es gibt's nicht. Heal hätte noch gar nicht sein müssen und war natürlich auch umsonst, weil die sind natürlich in alle anderen Richtungen abgehauen. Aber der Heal hätte auch nicht sein müssen, bis man sitzt natürlich da, oh, scheiße, scheiße, jetzt muss ich schnell gehen, jetzt muss ich schnell gehen, komm, schnell ein Heal rauf. Geht mir ja nicht anders. Ja, die Queen regelt hier ganz gut, aber jetzt natürlich die beiden Bogeytürme und die Kanone, das ist ganz klar. Wir haben Einzelschaden ohne Ende, aber hier haben wir die Walküren drinne. Guckt mal, das war eine Riesenbombe, die sagen sich, wie, 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 Riesenbombe, wir haben nichts gemerkt. Es ist schon echt krank, was die aushalten, echt. Also es ist so dieses krasse Gegenteil irgendwo zu den Schweinen, oder? Also klar, Schweine kann man natürlich auch super gut benutzen, besonders in Verbindung mit dem Heal. Aber ganz ehrlich, die sind natürlich auch relativ schnell dann down und die Walküren, Alter, was? Hier war eine Riesenbombe, ich weiß von nichts, Junge. Ich würde mal sagen, die Luckys waren weg, wa? Also, einwandfrei, richtig schön gemacht. Loot war natürlich nicht dolle da, aber passt. So, dann haben wir von Du noch einen Angriff, der geht auch ganz gut. Und natürlich auch Only Kobis passt natürlich momentan echt zu meiner Einstellung. Dass ich halt wirklich sage, komm einfach runterfarmen, was das Zeug hält. Und dann passt das. Richtig schön gemacht. Easy going. Nichts an Truppen bezahlt. Und trotzdem richtig guten Loot kassiert. Einwandfrei. Na, den brauchst du gar nicht, den dunklen Bohrer, weil da ist nicht viel los. Das läuft. Richtig nice. Hier wurde ordentlich rausgeworfen. Einwandfrei läuft. Und da sieht man halt wieder wirklich, wie krass ich mich... Also, wie gesagt, jeder kann da anders drüber denken. Ich sage das gerne auch nochmal. Hinter Champ verbirgt sich ja Mario alias Nova. Und jeder mag da irgendwie anders mit ihm klarkommen. Und wie auch immer, ich finde es einfach super gut, wie er den Clan führt. Wie gesagt, man muss... Nicht jeder muss mit ihm klarkommen. Dann ist er halt in dem Clan auch nicht richtig, weil Mario natürlich mega präsent ist dabei. Logisch. Viel, viel, viel präsenter als ich in dem Fall. Also, wenn man jetzt sagen will, oh, ich gehe zu Keep Calm, weil ich halt mit dem Guzo schreiben will. Klar, passiert halt auch mal, dass ich am Schreiben bin, aber sehr, sehr selten. Das können die aus meinem Clan auch bestätigen. Ich spende ordentlich. Ich frage halt eben auch an. Aber dann ist es auch oft so, dass ich halt wirklich nur eine Spende kurz haben möchte. Und dann auch wieder logischerweise AFK bin. Also, dass ich halt nicht sage, oh, cool, jetzt habe ich hier oder habe eine Anfrage gemacht. Und dann bin ich die nächsten zwei, drei Minuten noch da. Ist halt eben ganz oft nicht der Fall. Das heißt also wirklich, wer in Keep Calm reinkommt, um mit mir schreiben zu können oder sowas, der sollte eben halt auch logischerweise dann mit Nova klarkommen, dass das klappt. Und wie gesagt, man sieht es auch eben beim CW da nochmal vielen Dank dafür. Einfach nochmal einen Daumen nach oben, dass das halt Nova so gut in der Hand hat. Finde ich richtig, richtig nice. Und hier sieht man es halt eben auch wieder im Clan. Der Rest wurde wieder rausgekickt, einwandfrei. Ohne, dass ich auch nur ansatzweise was sagen muss, brauche ich gar nicht. Es geht automatisch. Ist richtig geil. Und wir haben auch schon uns Späße gemacht. Und dann habe ich schon da gesessen und mir gedacht, gut, okay, wie lange dauert es jetzt? Ich sage jetzt mal irgendwie, früh um vier. Also ich stehe ja dann kurz nach vier im Normalfall auf. Früh um vier einfach mal geschrieben, ja, hallo Nova. Und ich mir dann auch gedacht, na gut, okay, wie lange dauert es, ja, und halbe Minute später, haiguso. Also es ist schon richtig, richtig krank. Also das ist schon, also wenn ihr einen Suchter kennt und der echt hart suchtet, dann könnt ihr den gerne mal mit Nova irgendwie in eine Challenge bringen. Das ist schon nicht mehr normal. Also wenn, ich dachte halt auch am Anfang so, naja, er schrieb ja dann so, ja, ich bin 24 Stunden online. Ja, mittlerweile kann ich das einfach nur bestätigen. Das ist schon richtig krank. Und genau sowas ist natürlich ein super gutes Geschenk für einen Clan, was man einfach wirklich sagen muss. Also das ist so genial, wenn man halt jemanden hat, der halt wirklich 24-7 online ist, klar. So, jetzt gucken wir mal. Ich habe extra die Queen genommen, klar, dass die halt eben schön hier die Minenwerfer halt kalt machen konnte. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier, gehen wir von, ich warte noch, mir rennt die Zeit ja nicht weg. Ich habe meine Queen, das passt. Ja genau, jetzt hat die sich da durchgekämpft, dann kann ich schon mal dahin so ein bisschen. Ah ja, solange der Magiaturm abgelenkt ist von dem King, dann gehe ich da noch mit rein. Und dann würde ich jetzt gerne, King hier natürlich, äh, hier, gehen wir mal direkt auf den Minenwerfer. Ah, ich würde den aber gerne, ah, scheiße, jetzt gehen die da zum Magiaturm, werden sie genauso gesplasht. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen was, joa, ich denke mal, sollte passen. Sollte passen. Jo, ist okay. Sind wir mal ehrlich, komm, das ist, klar, meine beiden Helden sind im Matsch, aber das ist der einzige Alex-Sammler, der da dann noch was haben würde. Jo, passt. Wieder verloren, oh, schade. Einwandfrei, jetzt müsste fast der Boost vorbei sein. Jo, den haben wir so gut wie leer gespielt. Aber ich würde mal sagen, das machen wir definitiv, bei dem Loot machen wir das halt definitiv nochmal weiter. Dann werde ich im Notfall, aber das werdet ihr ja dann schon gesehen haben, aber im Notfall einfach zwei Videos am Tag bringen. Denke ich mal, ist jetzt auch nicht so weiter wild, weil ich denke, das Update wird jetzt eh bald kommen. Und dann, ja, hat sich das eh gegessen. Nicht, dass die Folgen zu alt, beziehungsweise zu weit vorproduziert sind. Das soll es fast gewesen sein, aber ich denke mal, ein Angriff ist definitiv noch drin. Das kriegen wir hin. Ich verlasse den Clan mal wieder. So, da bin ich wieder. Und habe hier mir den ausgesucht, weil der halt echt auch wieder geilen Loot hat. Knapp 400k Gold. Da muss doch irgendwas machbar sein. Ich gucke mal, dass der Rage hier so reingeht, dass ich den vielleicht zweimal nutzen kann. Also sprich, auf das linke Goldlager und auf das rechte Goldlager mal schauen, ob das klappt. Genau, ja. Weil dafür war einfach zu viel Loot am Start, dass ich den jetzt... Ah, okay, jetzt bringt er seine Riesen sogar noch an Start. Hier habe ich aber kein Splash Damage. Na, mal gucken, wo die reinrennen. Aber ich denke mal, das wird nichts mehr. Die werden dann irgendwie an dem Magiaturm werden die dann zerschellen. Nicht mal. Kommen sie nicht mal hin. Aber, wie gesagt, Loot mäßig... Na, wir wollen mal nicht abbrechen. Manchmal hat man es ja echt nochmal so, dass man auch immer... Boom, yeah, okay. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Habe aber gesehen, aufs Dunkel habe ich gar nicht geachtet und habe auch wirklich gar nichts gezogen. Guckt euch das mal bitte an. Also im dunklen Bereich war es gar nichts. Also ich glaube, da habe ich in der Stunde, wo ich ja jetzt hier schon... Lasst mich überlegen, irgendwie... Fünf oder sechs Millionen knapp gefarmt habe, denke ich mal. Dann, äh... Ja, irgendwie gerade mal... Dreitausend oder sowas Dunkles gefarmt. Aber das ist, wie gesagt, gar nicht wild. Das stört mich gar nicht. Haha, hier haben wir wieder... THX. So, gucken wir mal. Kampfunfähig ist natürlich auch kein schlechter Name. Und das sieht jedoch gar nicht mal so verkehrt aus momentan. Ach komm, da können wir uns mal kurz... Ja, komm. So, dann gucken wir mal, was hier der Clan so gerade zu bieten hat. Kampfunfähig. Schauen wir mal. Stand da nicht gerade auf der Kühn-Power? Oder habe ich das falsch gelesen? Gucken wir mal, was hier geht. Ich denke mal, glatte Rasur. Aber, na, was heißt glatte Rasur? Die Schweine sind nur auf eins. Die kriegen natürlich auch richtig schnell die Fresse voll. Äh, ja, genau. Haha. Glaube ich nämlich auch. Ja, genau. Ich dachte nämlich gerade... Ah, ja, die werden... Alter, krass, Junge. Richtig geil, finde ich. Ich finde das mega. Wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt... Äh, ja, Valkyren, mhm, mhm. Aber wirklich, seit dem Update... Also, klar, äh, sind die so hardcore. Und das ist eine so geile Kombo. Guckt euch das bitte mal an. Guckt euch das einfach mal an. Alles, was halt... Also, die Valkyren können halt nur logischerweise Bodentruppen killen. Beziehungsweise, die bleiben eben im Bodenbereich. Und die Luckys dann schön von oben noch eine drauf. Richtig geil. Richtig rasiert, Junge. Und das ist es einfach. Das ist ein guter Clan wert. Also, genau das halt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Halt, wenn ich geile CB-Truppen kriege, kann ich halt auch eine richtig, richtig coole Death machen. Guckt mal, die Schweine... Ich habe ja am Anfang schon gesagt... Ah, ja, Einserschweine. Ich meine, klar, Springtrap ist dann halt nicht anders. Aber so grundsätzlich... Die Schweine können da nichts anfangen. Weil Einserschweine bringen da nichts. Und... So hart auf jeden Fall die CB... Äh, den Gegner rasiert. Richtig nice. Und da kümmert sich der Magiaturm drum. Ich denke mal, die können... Na, da geht... Ja, ja, genau. Weil, klar, also die können... Die Einserschweine können natürlich erstens nicht so krass zuhauen und halten natürlich dann zusätzlich auch weniger aus. Holy moly, da haben es die Goblins geschafft. Ja, richtig geil. Ich würde mal sagen, richtig geil gedefft. Und da sieht man einfach wieder, was ist ein Clan wert. Und das ist einfach der Sinn und Zweck dieses Spiels. Deswegen nennt sich das ja nicht Clash of Mystery, sondern Clash of Clans. Ganz klare Sache. Richtig, richtig coole Dev. Finde ich geil. Stehe ich voll drauf. Gucken wir uns nochmal einen Angriff hier im Real Fight an. Ich skipp euch wieder raus. Hier haben wir wieder einen Gegner. Wo wir einfach wirklich zumindest das Dunkle wegnaschen können. Dass wir wieder ein bisschen höher kommen mit dem Dunklen. Gucken wir mal hier. Das ist nicht viel. Und... Ah, bloß ich meine hier... Hier... Da... Da hat er den auch gerade im Upgrade. Was soll's. Ich meine, hau ich die rein, oder? Hau ich die einfach mal rein. Dass die Goblins hier nochmal schön... Reinrunnern. Und nochmal 100k müssten die ja dann ziehen. Unge... Na, ein bisschen weniger. Ein bisschen weniger als es. Aber... Bäm, Junge. Ja, das... Viel mehr. Obwohl, doch, die müsste es auch noch... Doch, da müsste es auch noch passen. Kommt, Leute, 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 Leute. Nein. Ach, kommt, Leute. Jetzt scheiß drauf. Ich hab eh... King und Queen eh im Boost. Passt. Ebay meldet sich. Geiles Teil, Junge. Ja, jetzt beschäftigen die sich natürlich mit den sinnlosen Kasernen. Die halt total unnütz jetzt momentan sind. Und die gehen eventuell nicht mal... Doch, die gehen rein. Genauso wollen wir es haben. Weil das, denke ich mal, hole ich mir definitiv noch. Das sollte definitiv drin sein. Ohne Spells, ganz klar. Jo, läuft. Easy going. Zack, hier nochmal kurz. Ability genommen. Reicht. Naja, ist doch in Ordnung. Passt. Gucken wir mal, was Master Ivan hier abliefert. Oh, Alter, Junge. Junge, da würde ich mal sagen, da war der Gegner kampfunfähig. Ich war richtig, richtig nice. Richtig nice. Okay, ich hätte definitiv nicht so angegriffen. Du machst es spannend, würde ich sagen. Also entweder du vertraust deinen Truppen im Schlaf. Weil ich hätte ja einfach mal wirklich hier schön die Riesen gespammt. Also beziehungsweise ein paar. Und dann halt wirklich schön mit den Boogies dahinter aufgeräumt. Also ich hätte mich hier nicht beschäftigt mit. Glaubt mal. So, jetzt sind die Riesen natürlich da, wo wir sie haben wollen. Sprich, die Deffen hier schön. Beziehungsweise räumen die Dev auf. Ja, klar. Der Einser King kann halt noch nicht die Masse. Ganz klar. Alter. Also ich würde mal sagen, Hashtag Luck. Da war echt so ein bisschen Luck mit dabei, würde ich sagen. Und jetzt würde ich fast sagen, schaffst du nicht viel mehr, wa? Weil da ist halt der Boogie-Turm, der halt wirklich zu hart ist. Hier mit Einzelschaden. Die kriegst du nicht mehr, die Sammler. Schade. Wirklich, beim nächsten Mal einfach wirklich von unten. Riesen ein bisschen verteilen. Dann von unten halt richtig schön locker machen. Und dann ganz soft durch die Hose atmen. Und dann läuft das. Fast ein bisschen schade, aber mega geiler Loot auf jeden Fall. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Das soll es für dieses Video... Äh, ja, mach ich. So, dann soll es das auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder einmal Spaß. Und ihr haut bitte rein. Bis dann. Ciao, ciao.